Die Besonderheit der Spartik, Gewerbe und Handwerk ist, wir haben alte Meister und junge Helden. Diese Besonderheit wollen wir gerne in einem Pilotprojekt auch noch weiterführen. Wir wollen zusammenführen die jungen Gründer, die noch keine Unternehmenserfahrung oder wenig Unternehmenserfahrung haben, mit unseren alten Meistern, mit den Hautegen, die wissen, wie es funktioniert. Wir führen die beiden innerhalb einer Branche zusammen und hoffen, dass tolle Dinge daraus entstehen. Am Mentoring-Programm nehme ich teil, weil ich mir davon erhoffe, dass ich einerseits an Informationen komme, die man nicht aus Büchern lernen kann. Ich erhoffe mir Unterstützung, einfach auf dem Weg der Selbstständigkeit. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Okay. Warten Sie aber ein bisschen. Okay. Hallo. Hallo. Auch noch ein zweiter Mentor für Sie. Hallo. Hanna, freut mich. Wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeiten als Unternehmer, weiß ich sehr wohl noch, wie schwer es ist, einfach Fuß zu fassen in den Branchen und sich mit gewissen Regeln, Pflichten des Unternehmertums auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es da recht nett ist, wenn man es ja wissen einmal an einen Jungen, die etwas nachrücken sollten, weitergeben kann. Gerade das erste Jahr, das weiß man aus eigener Erfahrung, kann das ein bisschen aufreibend sein, was auf einen zukommt. Und deswegen denke ich mir, ist es auch wichtig, dass man einen Jungunternehmer unterstützend zur Seite steht. In 14 Tagen haben wir unseren ersten Termin quasi. Da schauen wir sich einmal gemeinsam meinen Betrieb an. Und ich zeige einmal der Hanna, wie ein Betrieb so nach einigen Jahren bei uns in der Branche aussehen kann. Ja, Sie waren dabei. Mentor und Mentee haben einander kennengelernt. Ich habe auch das Gefühl, dass das gut funktioniert. Wenn Sie Mentor oder Mentee sein wollen, herzlich willkommen. Melden Sie sich bei uns in der Sparte Gewerbe und Handwerk.